Hallo miteinander, ich bin Sophie. Hier findet jetzt im Zoo ein DRK-Familientag statt und ich habe an Herrn Warther von DRK drei Fragen. Wie ist zur Zeit, haben Sie genügend Blut? Nein, im Moment ist wieder wenig Reserve da, weil das Blut relativ knapp ist. Es sind Ferienzeiten und viele Spender sind momentan in Urlaub und jetzt nach Corona müssen auch die Operationen wieder stattfinden und da wird viel Blut gebraucht. Und wie kann man die Leute motivieren, Blut zu spenden? Ja, man muss ihnen auch dann klar machen, dass es auch für sie von Vorteil ist, weil das Blut wird ja, bevor es weitergegeben werden kann, mehrfach untersucht. Und das bekommt auch der Spender als Rückmeldung und weiß, dass er dann keine Krankheiten hat, dass er gesund ist und auch ein gutes Werk tut. Und was wünschen Sie sich für die Leute? Dass genug Blut zusammenkommt, damit alle versorgt werden können, die krank oder verletzt sind und genug Blut bekommen, weil keiner, auch wir nicht wissen, ob man mal selber Blut braucht und deswegen auch immer genug Vorrat da sein muss. Danke! Bitte! Tschüss! 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 Tschüss!